Was ist das für mich? Ich hatte eine Kurzrichtigkeit, sodass ich auf jeden Fall immer eine Brille gebraucht habe. Langsam kam die Altersrichtigkeit dazu, dass ich in die Nähe auch eine Brille-Korrektur oder eine E-Korrektur haben musste. Das war definitiv in meinem Job nicht mehr realisierbar mit einer Variolux. Deswegen war das für mich die bestmögliche Option. Der Eingriff war für mich sehr gut begleitet. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. Man wurde alles erklärt. Man wusste genau, was passiert. Es ist das Auge, das muss man sich bewusst sein. Auch der Eingriff selbst. Aber für das, was man noch hat, finde ich, ist es absolut lohnenswert. Sehr spannend. Den nächsten Tag aufwachen und alles scharf sehen, ohne den Griff zum Nachttisch. Das war sehr beeindruckend. Am nächsten Tag war schon alles sehr scharf. Und dann wurde stetisch jeden Tag wieder etwas besser. Was ist das für mich? 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 Massiv. Wenn man sich gewohnt ist, immer eine Brille zu tragen. Dann kennt man mit Linsen, Strand, Meer, Fliegen, Trockenheit in den Augen. Und dann plötzlich hat man das alles nicht mehr. Man muss auch nicht an die Linsen denken oder an die Brille. Oder wo ist sie jetzt? Oder sie ist wieder dreckig. Also die ersten Monate ist das massiv. Lebensqualität, Verbesserung. Und ja. Also ich möchte es nicht missen. Gut aufgehoben. Eben. Also ich finde es sympathisch. Der Ort. Mitten in Zürich. Angenehm. Ein wenig persönlich gut. Ja. Ich würde einen Leser weiterempfehlen. Weil man sehr kompetent beraten wird. Jede Fragen werden ernst genommen. Und auch darauf eingegangen, ins Detail erklärt. Ich habe nichts Negatives erfahren.